So meine Freunde, da sind wir wieder die verlorenen Wikinger. Kommen! Boom! Wieder zurück, go! Wir sind wieder im Weltraum. Gut, lasst uns diesen Tomator finden, genau bevor er uns findet. Ja, wir sind wieder, wie ihr seht, im Weltraum. Da ist Elektronik, das ist ganz gefährlich. Dann schauen wir mal, was wir jetzt so machen können. Äh, ja. Irgendwie bisher nichts Großartiges. Gucken wir mal. Also, wir fliegen mal mit unserem Urlaub hier lang. Ja, und damit hat sich unsere Flugstunde schon erledigt. Gut, yay! So, hahaha, nein, wie komisch. So, nochmal auf ein neues. Wir fliegen mit unserem Urlaub hier rum. Und dann bleiben wir jetzt mal hier stehen. Äh, wo die sind? Ah! Hooray! Hooray! Da ist ein... Ah! Hätte ich beinahe in den Elektroschocker gelandet hier. Meine Güte. Wo landen wir denn jetzt? Okay. Okay. Was bringt uns das? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, das können wir mal versuchen, ja. Ob das gut geht, ist eine völlig andere Sache. Nochmal. Gut. Also, man sieht schon, der Schwierigkeitsgrad steigt doch mal astronomisch. Hahaha, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, wie komisch. An. Ojojong, ojojong. So. Gut. Haben wir. Haben wir. Hammer? Hammer. Sehr gut. Boah, ist das schon wieder uncool. Die Frage ist vor allen Dingen... Wofür brauchen wir das? wofür ist jetzt die frage ja ich verstehe es noch nicht so ganz aber ich glaube es zu verstehen wir gehen mal mit olaf hier runter machen wir mal so und lassen uns mal fliegen und ich glaube ich weiß wie und dann lassen wir jetzt nämlich mal hier die bombe fallen guck mal einer an was frage ist jetzt natürlich was habe ich gemacht habe ich irgendwas gefährliches gemacht noch nicht noch nicht this is awesome ich erkenne auch irgendwie ziemlich nichts gut also auf jeden fall haben wir hier schon mal ein schlüssel go 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 look at my horse my horse is amazing ja ist es so ich glaube ja ich glaube ich habe es verkackt ich bin mir ziemlich sicher dass ich hier nichts mehr retten kann dass wir das level nochmal neu starten müssen ja gut nochmal alles klar gut nein nicht aufgeben so olaf mein guter du darfst oh well oh well le büm ein bisschen mit turbo hier weil wir brauchen ja ein bisschen zeit oh well so dann klick klack kluck boom what the fuck bam boing 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 boomerang boomerang so das heißt für uns jetzt jetzt muss ich erstmal überlegen wie wir weitermachen ich habe jetzt keinen bock das level nochmal neu zu starten dann gucken wir uns das ganze jetzt erstmal an kommen wir nicht rein oder ach guck mal einer an guck mal einer an das ist ja mal höchst interessant höchst interessant so wie gut machen wir einen kleinen turbo hier das ist sonst zu lange dann schießen wir mal noch ne stürp ein das gelausame tor der dankeschön so gut so die frage ist jetzt natürlich äh hm wohin bringt uns iiiiih das ganze ok 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 ähm ich glaube zu wissen wohin la haas läuft ich mache jetzt hier ein safe state und dann gucken wir mal ob das so ist wie ich mir es vorstelle nein ist das komisch so ähm boah dieser hinterfunk der macht mich Banane ups so ähm hab ich mir gedacht hui schaut mal da fliegt ein Pfeil hui da haben wir den Schlüssel gut so wollte ich das ach Freunde das ist ja super hoi nein jetzt warten wir jetzt warten wir jetzt warten wir ordentlich jetzt wird nicht gehetzt und so wenn wir das Level nicht schaffen schaffen wir es halt nicht in einem Part das ist oh Gott nicht schlimm so ok ich verstehe schon alles klar gut ähm ja hm so machen wir genau boom ok hier passiert auch nichts die Frage ist jetzt jetzt müssen wir auf jeden Fall wir gehen erstmal mal wir nehmen ihn hier mit wir nehmen ihn hier erstmal sicherheitshalber mit weil ich nicht weiß was das was dann sonst erwartet so go 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 hoi ich bin der Nikola hoi ich bin dort gut alles klar alles klar jetzt kann er gehen jetzt kann ein Dickerchen gehen hoi die Level ne die sind mittlerweile so übelst bös hoi hoi oh Gott iiii das ist ja ekelhaft guck mal wo wir landen bei einer Bombe mit einem Geheimgang wollte schon sagen ich wollte schon sagen meine Freunde das wäre aber noch nicht schön gewesen ah ok hier sind wir auch gut ich weiß noch nicht wie ich mit ihm hier weiterkommen soll boah hardcore hardcore hoi 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 a key ficken wie fies ne ehrlich wie fies das ist richtig bösch so jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal wieder hier die Frage ist jetzt natürlich wir müssen mit ihm noch irgendwie runter kommen ne weiß aber noch nicht wie wie leuchtet mir noch nicht so ganz ein ich denke mal dass wir hier laufen so so der ist aus so der ist auch aus so jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ok ok ähm ja ok 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 ernsthaft ich wollte schon sagen keine Plattformen oder was ihr Schweinepriester da ist auf jeden Fall ein Exit heißt ich muss mit Olaf hier hin ja komm komm danke danke mamma mia sack röblö ah hm ok 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 oh oh ha 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 küçük gut haben wir haben wir haben wir haben wir So, die Frage ist jetzt natürlich, who's next? Okay, alles klar, alles klar, mir leuchtet jetzt so langsam was ein hier alles, wo das überhaupt mal hinführt. Hey, I'm flying in the sky. Jetzt geht's wieder runter. Ja, okay, 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 alles klar, ich verstehe es. Safe state. Hoey! Klick! Kommt unser Dickerchen hier, das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt echt schwierig. Oder auch nicht. Gut, nein. Klick, klick, klick. Hoey! Hoey! Meine Güte, ist das schön. Schaut euch das Spektakel auch mal an. Hoey! Jetzt fehlt nur noch er hier. So, den müsst ihr jetzt natürlich noch mal heil hier runterkriegen. Boah, es sieht schon goodie aus. Jawohl, das haben wir. Jetzt ist es noch einmal tricky. Zwei tricky Gestelle, dann haben wir es geschafft. Ey, Wahnsinn, haben wir endlich mal wieder ein Level in einem Part geschafft. Da kann ich mir nicht vorstellen, das funktioniert ja. Yes! 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 Jetzt wird's ekelig! Ja! So, wieder. So, seid ihr also wieder da? Warum lässt du uns nicht heim, Tomator? Ihr dummen Wick. Ach so, da spricht ein anderer. Dass alle bösen Weltraumwesen unschuldige Gefangene brauchen. Okay. 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 Versteh ich. Frggt. So. F-r-g-t. Nächstes Weltraumlevel. Im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.